so liverpool gegen paris jetzt weiß ich was ich nicht gemacht habe schade schuldigung was hast du gesagt warum warum bist du so ausgestiegen weil ich die unabsichtlich die erste mannschaft gleich genommen habe ich habe noch nicht ach so entschuldigung ich habe Bock mehr so liverpool gegen paris liverpool hat einen punkt geholt paris keinen punkt geholt ja das zweite spiel ist es noch nicht wirklich entscheidend aber ist doch schon irgendwie auch richtungsweisend in welchem bereich man jetzt mitspielt ob ganz unten oder noch weiter unten so eine umstellung gibt es in dem spiel so man spielt hier gleich mit der neuen formation wo man letztes mal die aufholjagd gestartet hat spieler dolowitsch hat sich hier gut durchgesetzt ja da kurz der jong jetzt heute mal in der stadelf spieler dolowitsch hübsch 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 norm Nein. Das ist schon viel pass weiter. Schau. Schau. Amen. Oh. Ja, scheiße. Das wollte ich nicht. Nein. Ich glaube, der wird umgehackt jetzt. Nein. Das war jetzt nicht so gut. Nein. Nein. Die lassen mich nicht flanken. Oh. Stark. Shit, Alter. Da wäre der Goalie aus dem Spiel genommen gewesen jetzt. Ja, Spiro Donovic macht sich eine gute Figur. Ja. Das war es. Ja. Ja, Spiro. Ja. 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 Das war's. Ja. Jetzt, Herr Mayer. Stimmt. Ja. 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 Boah, stark. Schnelles Spielen von beiden. Ich bin überrascht, dass es nur 1 zu 0 steht. Du bist dann verdornt in deiner Mannschaften. BSG bin ich immer auf Kriegsfuß, jede Saison. Ah, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ich glaube, dann bleiben wir auch so. Bis auf einen Wechsel bleiben wir auch so. Also, ich glaube, dann sage, bombardieren Sie... Alter. Was? Danke. Bitte. Nichts mal angefangen zu... Oh. Oh. Lange probiert es. Ist das mal ein Schuss? Mhm. Alter. Nein. Das gibt es nicht bei Jungen. Boah. Puh. Puh. Wir waren trotzdem gut zur Stelle gewesen. SDBA. SDBA? Schess die Wandern. Gut. So. Doppelwechsel. Was mache ich denn? So. Doppelwechsel. So. Doppelwechsel. Doppelwechsel. Csien. oder das wird schau bedeuten stark 30 das schäfer sektor von reinigst Gratulation! Danke. So, Ronaldinho jetzt noch im Spiel. Weg mit den Armen! Weg mit den Armen! Na, Alter, das gibt's ja nicht! Ja, genau! Genau! Dallon! Dallon hat den Pariser schon aufs Ziel, Alter! Ich glaub, der ist Hass, was du so wegritscht hast. Geschlechtiger! Was jetzt? Okay. Wow, der war stark überholt gewesen. Leider falsche Richtung. Also... Knapp der Name, ja. Oh, der steht vor der Aufmerksamkeit. Der steht vor der Aufmerksamkeit. Boah! Jetzt fach Paris bisschen auf. Einmal ein wenig mehr und... Und geht schon! Und geht schon, wirklich! Ciao! Oh, macht's Spaß! Hu 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 hu! Starker Mann! Nein, das läuft doch nicht! Oh, der... ... ... ... Ciao! Nein! Ha! Stark! Show! ист Jischincinn, Illiott! Woher ist'n der? Woher ist'n der? Das ist ein bisschen da. Wo wieso denn... Leit. Ja, zweites Spiel, zweiter, zweite Niederlage, oh, nein, jawohl, fuck, aber es war jetzt ja schon rausspielen, ja, sag mal, wenn er nicht reinkommt, hätte er zwei Antrag gemacht, also kann man da jetzt auch nicht viel vorwerfen, ja, jetzt habe ich meine Sturmwacht geachtet, das war drei gegen eins, über zwei, ja, so ein Drück gesetzt, das hier im zweiten Spiel von Liverpool,